ach du meine das habe ich auch noch mal micro vergessen gehabt so willkommen zu einer neuen folge pokémon go und es ist ein richtig fettes thema aufgetaucht bzw die kollegen von go games haben mal wieder einen artikel veröffentlicht den fand ich so spannend so interessant und so wissenswert den möchte ich unbedingt mit euch teilen und tut mir leid dass ich jetzt so schnauf ich komme gerade frisch von draußen schuhe aus gleich ran gehangen weil ich war noch unterwegs habe noch drei raids gemacht die drei raids für heute oh mein gott vorhin noch das gewinnspiel jetzt hier noch dann später stream spotlight stunde also immer am machen wie ihr seht und es ist ein neues datamine aufgetaucht was durchforstet wurde und da sind viele richtig interessante sachen dabei die ich mit euch jetzt mal durchgehen möchte natürlich hinweise zu datamines bla 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 ihr wisst ja alles das muss nicht kommen das kann kommen es taucht auf irgendwann wird es kommen wann genau das ist jetzt kein fester termin und so weiter aber zum beispiel haben wir hier quest entwicklungen bzw das titel thema mit dem shiny incognito kommt dann auch noch aber wir wollen die reihenfolge abarbeiten wie es jetzt hier steht quest entwicklungen erste hinweise auf quest entwicklungen wurden zwar bereits in einer vorherigen datamine entdeckt darüber habe ich gar nichts gemacht doch inzwischen gibt es erneut einige hinweise auf ein eventuell kommendes feature quest requirement template die idee erneut steht jedoch die frage im raum welche möglichen entwicklungen eine quest also eine feldforschung oder spezialforschung voraussetzen denn alle bisherigen entwicklungen pokémon go basieren ausschließlich auf bonbons und teilweise entwicklungs items dies könnte also eine vorbereitung für die kommenden mega entwicklungen sein aber auch eine option um galla formen wie poren dazu lauch zu lot zu entwickeln was denkt ihr was hat es damit auf sich hat das was mit den galla form zu tun geht es um mega entwicklung geht es um was ganz anderes was gibt es denn noch haben die vielleicht hier was vergessen zu erwähnen was als geübte pokémon go spiele habt ihr noch auf dem schirm wo ihr sagen könntet quest entwicklungen würde auch dazu passen dann schreibt es mal in die kommentare weiter geht es natürlich mit dem go fest beim go fest wird es im laufe des events immer wieder verschiedene herausforderungen geben die die spiele lösen müssen um boni im spiel freizuschalten was haben wir hier so group challenge reflection group challenge kriteria proto challenge type challenge type challenge goal ok also get und set get und set laut dadamain wird es dabei mehrere herausforderungen geben und deren aktuelle ziel erreichung wird über push benachrichtigungen mitgeteilt jede herausforderung wird mit einer bonus box belohnt der inhalt dieser box ist jedoch noch unbekannt eine bonus box könnte ich mir jetzt vorstellen dass da vielleicht gut die werden jetzt keine rate besser beim go fest verteilen vielleicht entwicklungs items drin sind wie ein einhalts stein oder sowas vielleicht weil wenn ihr da gut was sammelt lichtl zum beispiel braucht ja auch ein einhalts stein um zum entwickeln lichtl hat man jetzt nicht so viele bonbons vielleicht kriegt man da ein paar beim go fest vielleicht aus aufgaben vielleicht auch einen stein dazu passend zum entwickeln ich weiß es nicht genau was denkt ihr was in dieser bonus box sein wird jedenfalls sehr interessant dass auch während des go fest ist ihr da verschiedene aufgaben noch bewältigen müsst dann eine stadt herausforderung hier sind da da meiner unsicher welche bedeutung diese spezifischen herausforderungen haben wie es scheint gibt es jedoch globale herausforderungen für alle spieler sowie herausforderungen nur für bestimmte städte das natürlich dann wieder gemein weil wenn ihr nicht gerade in einer richtig krassen stadt wohnen dann habt ihr davon nichts weil ihr dürft dann sozusagen nicht mitmachen global können ihr mitmachen aber wenn es jetzt heißt hier so und so viele spieler in berlin müssen am bär ziehen dann habt ihr nichts davon wenn ihr in hilfburghausen wohnt wo die wilden hausen dann kann man da irgendwas rauslesen nicht direkt aber trotzdem es gibt stadt statt herausforderungen wurden gefunden bin ich mal gespannt wenn das für einzelne städte dann auch kommt welche städte das betrifft beziehungsweise gut ich rede jetzt hier von berlin sonst was es ist ja weltweit im endeffekt wieder chicago muss so und so viel machen dortmund muss so und so viel machen wir werden das auf jeden fall sehen wenn es soweit ist konfetti wurde gefunden ein neuer effekt auf der übersichtskarte mit dem titel konfetti wurde im code entdeckt konfetti selbst ist bereits auf dem titelbild des go fest zu sehen wurde auch in einer anderen datamine als mögliches souvenir eures kumpels entdeckt als souvenir seht ihr dann einen fetzen herumliegen und das war es aber das bewegt sich ja dann nicht also als souvenir ist das auf jeden fall eine komische sache aber hier habt ihr effekt non effekt konfetti basic fire water krass raid battle friendship rocket fireworks plane die verschiedenen effekte scheinen den verschiedenen habitaten des go festes zu entsprechen nämlich feuer wasser pflanze raidkampf und freundschaft doch auch ein team rocket konfetti sowie ein standard konfetti und feuerwerk wird hier im code gelistet also ihr seht das go fest beinhaltet immer mehr immer mehr infos immer mehr kuriose sachen die auftreten ne viktini auch wichtiges thema vielleicht im zusammenhang damit die begegnung mit viktini wird voraussichtlich ebenso funktionieren wie die bisherigen begegnungen mit new selebi und chiraci welche im ar modus gefangen werden mussten komischerweise gegen sie trotzdem auch ohne ar modus wenn ein handy den ar modus nicht unterstützt hat dann konnte man das einfach ausstellen und konnte das trotzdem normal fangen beim dritten ball war es drin wie gesagt ist immer zweimal ausgebrochen wer das noch nicht kennt auf dem bildschirm erscheint laut dadamein zusätzlich viel konfetti was thematisch natürlich gut zum go fest passt aber auch zu viktini da es von der namensherkunft victory des sieges pokémon ist die attage v generator die spezial attage vom typ feuer wurde ebenfalls im code entdeckt es ist also denkbar dass viktini gleich seine eigenen spezial attacke eigenen spezial attacke erhält okay ich weiß nicht bisher mit new selebi schirachi konnte ich bisher noch nicht wirklich irgendwas anfangen vielleicht ist es ja mit viktini anders sieht auf jeden fall viel cooler aus als jirachi ich finde jirachi ist einfach halt mega hässlich new richtig coole socke selebi hat was von viktini irgendwie so ein bisschen aber jirachi das irgendwie passt das überhaupt nicht da rein wer hat sich sowas nur ausgedacht pokédex update jetzt wird es ganz spannend da bin ich froh ne bislang wurden alle pokédex einträge verschillende pokémon mit has shiny captured hat shiny gefangen gekennzeichnet inzwischen wurde dieses attribut im code jedoch durch has shiny form capture hat shiny form gefangen ersetzt dies deutet darauf hin dass man künftig auch zwischen den einzelnen formen im pokédex unterscheidet und es somit nicht mehr ausreicht beispielsweise ein schillerndes kando maut sie zu fangen um die schillernden alola maut sie und galla maut sie im pokédex zu sehen das fand ich bisher sowieso doof eigentlich es ist irgendwas reingekommen hier pikachu ihr habt pikachu gefangen als shiny habt das weiterentwickelt zu raichu und schon hat es euch den den shiny eintrag von alola raichu gezeigt dieses braune verbrannte obwohl ihr noch kein einziges alola raichu gemacht habt vielleicht obwohl ihr noch gut ihr musstet schon eins gemacht haben damit es den alola raichu anzeigt aber es hat euch das shiny schon angezeigt weil ihr ein shiny raichu habt obwohl ihr kein alola raichu habt habt aber gesehen wie das aussieht und wer sich euren pokédex betrachtet hat gedacht ihr habt eins aber ihr habt gar keins deswegen in dem moment war es dann ja quatsch dass leute sich den living decks aneignen wollen weil wenn sie mit ihrem pokédex rum spielen und zeigen sie haben da alles und überall und jede form dann denkt man das ist so dabei haben sie vielleicht nur eine form und es werden einfach alle form angezeigt jetzt ist das natürlich anders also wenn das so passieren wird finde ich dann genial dass das eben separat unterschieden wird das bringt noch mal mehr abwechslung reing noch mal mehr mühe dass man wirklich alle familien alle scheinen ist alle formen mitnehmen muss finde ich sehr cool gerade für die leute die das schon haben dass das noch mal mehr gewürdigt wird die kognito decks das ist auf jeden fall jetzt richtig interessant auch im zusammenhang mit der oben genannten änderungen pokédex wurde der kognito decks komplett überarbeitet bla 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 handelt es sich hierbei um einen zufall dass gerade jetzt vor dem go fest der pokédex eintrag von kognito überarbeitet wurde oder könnte dies tatsächlich auf shiny kognito hinweisen das ist natürlich richtig brutal weil ihr wisst kognito ihr habt die ganzen buchstaben ihr habt das ganze alphabet was ihr erstmal sammeln müsst suchen müsst bisher war es ja schon schlimm bei bei wampel alle shiny formen und familien zu kriegen bei bei burmi alle shiny formen und familien zu kriegen bei pandir pandir überhaupt schwer zu kriegen als shiny auch schwer noch schwerer zu kriegen alle pandir formen plus shiny formen von pandir dieses das ist auch schon richtig krass aber was wenn die kognito reinkommt und ihr jeden einzelnen in kognito buchstaben auch als schein die bekommen können und als shiny kognito living decks sammeln wollt das ist auf jeden fall das ist schon unmenschlich oder ich dachte krypto pokémon als shinies die sind schon hart obwohl ja gut die sind auch hart weil manche kommt ihr auch nicht mehr ran die rocket bosse haben die gehabt manche konnte man entwickeln dann hättet ihr zwei gebraucht nicht erlösen sonst zählt das auch wieder nicht obwohl die ganzen profis die holen sich zwei krypto shinies für die familie zwei erlöste shinies für die familie und zwei normale shinies für die familie also das sind die hardcore sucht ist ich glaube so was hat niemand keiner und bei den kryptos ist es schon schlimm dass die ja immer wieder ihre die bosse ihre pokémon wechseln und ihr nun eine bestimmte zeit habt das zu bekommen nicht wie andere sachen die normalen scheinlich sind sobald sie freigeschalten sind immer im spiel ihr habt ewig zeit wer immer noch kein kabador hat hat bei jedem kabador dass die hoffnung dass es vielleicht ein shiny ist aber bei den kryptos wenn die immer zu wechseln flunkiefer so zeug ne wird es dann nichts mehr wo wollt ihr das dann hernehmen als krypto shiny wenn das nicht mehr vom boss kommt aber incognito alle buchstaben zu bekommen und dann alle buchstaben als shiny zu bekommen ich glaube ich raste komplett aus vor allem wie sieht die kognito shiny eigentlich aus ich glaube ich muss mir ein bild suchen und das dann mit aufs thumbnail packen und die frage stellen natürlich die frage stelle ja in dem sinne nicht ich die frage stellt ja auch go games und ich informiere mich darüber und frage euch hört mir auf mit clickbait ich sage ja nicht shiny incognito kommt zum go fest ich frage ja kommt shiny incognito zum go fest was denkt ihr was steckt dahinter er wird überarbeitet der ganze incognito decks was haltet ihr davon habt ihr schon ein incognito habt ihr schon alle incognito welche incognito fehlen euch und würdet ihr alle incognito shinys sammeln ich glaube das ist einfach viel zu heftig wenn da kein incognito event kommen würde wo das geboostet ist dann dann geht es aber noch weiter hier haben noch angebote im shop ein neues paket mit dem titel my bundle wurde im code entdeckt wofür genau das mai steht oder mi oder was in diesem paket enthalten ist steht noch nicht fest ml ach so das ist gar kein i das ist ein ml ml bundle tracking id presentation type okay dynamische gamemaster updates die funde der datermine deuten darauf hin dass künftig wichtige daten des gamemasters heruntergeladen und installiert werden während das spiel läuft die soll verhindern dass man zu beginn von events diverse boni nicht korrekt okay dass die boni halt nicht korrekt funktionieren die soll nämlich dann funktionieren ist ja okay ist vernünftig aufkleber ganz wichtig aufkleber scheinbar kann man künftig aufkleber auch an pokestops und als raid belohnung erhalten noch sind diese zwar nicht aktiviert aber die technische verarsitzung dafür existiert ne ich glaube da freuen sich alle wieder komplett ja endlich beim raid nicht mehr diese blöden sonderbonbons endlich ein aufkleber juhu kumpelfutter sofern euer kumpel eine beere oder ein knursp ist wird dies im tagebuch festgehalten dabei wird eine belohnung festgehalten was implementiert dass euer kumpel dabei eine belohnung erhalten kann was wenn ihr den satz verstanden habt schreibt es in die kommentare es ist jedoch unklar ob euer kumpel eine weitere beere als belohnung erhält oder ein neues essbares item wie wärs denn mal so mit einer bockwurst einfach nur oder ein apfel für zwischendurch ist auch gesund eu language country code current culture info is in european union eu countries das spiel kontrolliert künftig ob ihr euch in einem land befindet welches in der europäischen union ist vermutlich und preis und aqb entsprechend der geltenden gesetze innerhalb der eu eingleichen zu können und so weiter gibt es wieder die leute die sagen nein die gehen schon wieder gegen spoofer vor bald sind wir am arsch bald können wir uns die kante geben und den strick holen und die anderen freuen sich schon wieder ja endlich gegen spoofer dabei ist es vielleicht einfach wirklich nur das was dasteht preise aqb fertig sind von land zu land vielleicht unterschiedlich vor allem die aqb also chillt ne neues ticket das rosa farbene event ticket welches beispielsweise beim cday oder bei story events zum einsatz kommen hat nun einen eigenen eintrag im code ehre für das neue ticket bruder wir haben immer an dich geglaubt mach weiter so wir vermuten dass es ursprünglich zu problemen geführt hat gleichzeitig das go fest ticket und dieses separate ticket anzubieten weswegen das ticket zum hon liu c day letztendlich nicht verkauft wurde von wegen die nachfrage war zu gering alle wollten das haben hon liu c day richtig fertig hätte mir die spezialforschung zehnmal gegönnt wenn es gegangen wäre neue formen bislang sind nur vier galler formen in pokémon go erhältlich obwohl es deutlich mehr regional formen gibt nun wurden diese ebenfalls im code entdeckt ponita galoppa pandimos corazon macabaya fleckmon und lamus wurden nun ebenfalls im code entdeckt freut ihr euch schon auf die weiteren galler formen und welche gefällt euch davon am liebsten corazon finde ich eigentlich richtig traurig weil das richtig böse aussieht wie ein kleiner weißer geist mit roten augen aber die meisten feiern ja wahrscheinlich das ponita weil das dann eben oder galoppa halt weil das dann so aussieht wie ein so ein so ein komisches einhorn pferd dings halloween form eine neue halloween 2020 form wurde ebenfalls im code entdeckt welches pokémon es sich handelt ist jedoch unklar die wahrscheinlichkeit dass es sich dabei um ein weiteres pikachu handelt ist jedoch groß vielleicht gibt es ja mal pikachu mit dem kürbis auf dem kopf oder mit michael meyers maske und messer das wäre auf jeden fall richtig cool vor allem es ist juli bereitet euch schon mal auf halloween vor ich sag's euch labras und genga auch labras und genga erhalten dieses jahr ein kostüm welches jedoch noch nicht weiter definiert ist wir müssen also abwarten was diese kostüme wann diese kostüme zum einsatz kommen warum ausgerechnet labras und warum ausgerechnet genga ich meine genga gibt es ja auch schon mit partyhut was soll jetzt noch kommen genga mit pikachu hut und labras mit ich habe keine ahnung labras aber auf jeden fall sehr cool labras mit kostüm ist bestimmt richtig süß genga ja ich bin gespannt was es werden soll dann ist noch ein fazit dabei das go fest rückt mit rasenden schritten näher die dadamine gibt viele möglichkeiten zur spekulation um neue features und mögliche überraschungen beim go fest insbesondere der incognito dex sticht uns persönlich ins auge dann noch immer nicht ganz klar ist welches das neue shiny beim go fest sein wird muss es denn jetzt unbedingt neues shiny geben oder was wie findet ihr auf jeden fall die news also also den data meinen ihr seht pokémon go von wegen der hype ist um es gibt nichts neues labras bekommt ein kostüm hey halloween pikachu fragezeichen neue galla formen aufkleber aus raids wunderbar neue boxen ich kognito dex vielleicht shiny kognito dann der rest wird im pokedex separat aufgeführt victini kommt auch mit spezial attacke dabei kriegt konfetti animation stadt herausforderung quest entwicklungen vielleicht mega entwicklung also es ist und bleibt spannend meiner meinung nach der sommer wird richtig heiß der sommer brennt euch alles weg das war es jetzt aber erstmal von meiner seite wir sehen uns beim nächsten mal schreibt mir rein was ihr davon haltet worauf ihr euch am meisten freut das war es mal jetzt habe ich es komplett verkackt das war es auf jeden fall von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin peace out vorhaut euer ramsus